Logische Heyo Ah, das hätte ich drehen müssen Aber, warte, der Passt, ah ok Was passiert, wenn ich Game Over mache? Zack, 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 zack Und Game Ending Ich markiere das Ganze hier als Werbung Ich habe dafür aber keinen einzigen Cent bekommen Ich habe nur vom Hersteller den Rucksack zugeschickt bekommen Ah, das ist nice Das ist wirklich nice. Ich habe diesen Rucksack, also das PIX Backpack Projekt, ganz zufällig im Internet gefunden und war sofort davon begeistert, weil das ist so ein kleines Gimmick. Der Rucksack ist noch nicht erhältlich. Ich dachte mir, ich gebe denen einfach mal ein bisschen Credit dafür, einfach mal ein bisschen Unterstützung, habe mir deswegen den Backpack zuschicken lassen und dachte mir, hey, komm, ich zeige euch das Ganze mal. Ich verlinke euch unten die Webseite. Auf der Webseite verlinken sie auch auf eine Kickstarter-Seite. Ich glaube, als ich das letzte Mal geschaut habe, haben sie schon meilenweit drüber den Betrag, den sie erreichen wollten, erreicht. Aber ich verlinke euch das Ganze trotzdem unten. Leute, heute ist es mal wieder soweit. Wir widmen uns einer Map. Eigentlich wollte ich gerade Trollwars aufnehmen, aber ich bin auf den Trollwars-Server gebannt. Okay, Leute, heute ist es soweit. Wir spielen eine neue Map. Okay, so sollte das nicht sein. Ich bin mitten in dem Bett. Kaktus Escape heißt die gute Map. Okay, diese Map besteht aus verschiedenen Puzzlen und Parcours-Abteilen. Na, shit. Ein Hinweisbuch, viel Glück, Happy Kaktus Escape. Ich sage mal so, sieht interessant aus. Okay, hier kriegen wir das Hinweisbuch. Benutze ich nur, wenn es absolut notwendig wird. So, Kaktibus kann dann einfach hier... Nee, hier kann er nicht einfach hochspringen. Entweder ist die Decke zu viel oder... Ah. Aber mit einer Kaktusschere komme ich da jetzt auch nicht weiter, außer ich kann das dann abbauen und da draufsetzen. Ahaha. Kohle? Tauscht du noch was anderes? Nein. Passiert was, wenn ich die Kohle hier reinpacke? Okay, wir wissen also, da ist eine versteckte Chest gewesen. Ähm, hier auch nicht, da auch nicht. Kaktus Jones. Oh mein Gott, rein. Oh, Achieve in aller... Oh ja, diese Musik ist so... Alter, wenn man hier so ein Achieve mitbekommt, das klingt wirklich... Kaktusgrün. Kaktusgrün tauschen wir gegen diese Schere und damit... Kann ich jetzt was? Kann abbauen Eisengitter? Dahinter ist ein Kopf. Oh, der bringt mir doch gar nichts. Eisengitter? Nein. Aha. Okay. Easy peasy. So. Ich werde alt. Okay, vierrissige Steinziegel can be placed on orange concrete. Ist das hier orange concrete? Nö. Jetzt stecke ich hier drinnen fest, oder? Da kommt ein Villager-Sound raus. Okay, andersrum. Erst den, dann den. Gibt's hier... Ah, da drüben gibt's noch einen Knopf. Also, eins, zwei. Bin ich blöd? Also, eins, eins, zwei. Eins, zwei. Okay, wir merken uns. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein, also. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann vielleicht wieder der hier. Na, dann wieder der hier, oder? Eins, zwei. Dann der hier. Dann der. Eins, zwei. Dann der hier. Ich war doch vorhin schon weiter. Eins, zwei. Dann wieder der hier. Der bewegt es nach hier. Der bewegt es nach... Ah, und jetzt wieder zwei. Dann wieder. Eins, zwei. Dann wieder. Eins, zwei. Wir können nach hinten. Einen nur. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Ist halt schwer, wenn ich mal ehrlich bin. Leute, ich weiß, ich musste den Hinweis jetzt aber nehmen. Vielleicht eine versteckte Chest. Das sieht doch schon so aus, als ob hier unten irgendwo so eine versteckte Chest ist. Ist der einzige Punkt, wo eine versteckte Chest sein könnte. Darum ist ein Schild. Das ist unmöglich aus dem Winkel. Oh, yes. So, ist das hier der Ausgangspunkt? Drei. Dann zwei nach rechts. Eins, zwei. Und dann eins, zwei, drei, vier nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Dann waren es doch nur drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So, jetzt muss er zwei nach links. Dann muss er eine nach oben. Jetzt muss er eins, zwei, drei Felder nach oben. Ist da noch so viel Platz? Eins, zwei, drei. Mein Gott! Das ist der harmlose Meingefell, aber ich erschreck mich. Can't be placed on orange concrete and stone bricks. Was soll ich jetzt tun, hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Das wirkt auf mich wie hohe Magie. Sollen wir jetzt irgendwie den Schnittpunkt berechnen? Weil das war jetzt nie meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Ich bringe es nicht gerne übers Herz, aber was sagt das Hinweisbuch? Der sitzt. Der sitzt. Wo soll der hier hin? Oh, okay. Was ist das jetzt? Das ist ja sweet. Ah! Mann, willst du mich verarschen? Okay, 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 okay. Hey, 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 hey. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Da ist ein Kuchen. Da steht ein Schild und ich kann es nicht lesen. Ich glaube, da ist auch gar nichts drauf. Das soll einen einfach nur verarschen. Okay, ich schaue mal weiter. Okay. Alter, wie schnell bin ich denn? Was ist das für ein Speed? Oh mein Gott! Ah, okay. Ich habe es geschafft. Jetzt bin ich hier. Druckplatte macht nichts. Wieder so eine Challenge. Hm, ja toll. Bin ich oben? Bin ich oben? Knopf? Death! Woo! Wow. Äh, und jetzt? Ich glaube, jetzt muss ich ohne Fallschaden wieder hier runter. Die Kakteen machen doch aber Schaden. Also erst mal wieder hier hoch. Okay, die Kakteen machen keinen Schaden. Reiner Fallschaden macht Schaden. So, ich darf mich nicht aufhalten lassen. So, damit ich es bis ganz hoch schaffe. Verdammt! Das ist jetzt dieser Trollknopf. Okay, der hat mich getrollt. Hey, 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 hey. Ich habe noch nicht regeneriert. Muss ich die jetzt alle töten? Das neue Kampfsystem ist nicht das Beste, sage ich jetzt mal so. Okay, ich regeneriere schneller. Was ist das? Und was will der von mir? Ich dachte, hier gibt es Rätsel. Und keine unmöglichen Bosskämpfe. Ist es das, was du willst? Nein, will er nicht. Es werden immer mehr. Da warten jetzt so viele Zombies. Bitte. Warum tust du mir das an, Map? Warum tust du mir das an? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay, vielleicht trickst ich sie alle aus und mache ein bisschen Waintrain. Wer denkt sich das aus? Ist der Crafting Table jetzt hier? Nö, drauf. Ich skipp das. Wer hat sich das ausgedacht? Das hätte ich auch so hingekriegt, ohne das zu skippen. Wenn nicht die ganze Zeit, ist ein Monster nachgespawnt werden. Mein Gott, I like ein mitleidend Game. Ich glaube, das ist ein unendlicher Gang. Wollt ihr mich verarschen? Geht es ganz schnell durch diesen Gang? Holy shit, das ist dunkle Magie. Mein Game hat auf alle Fälle gerade ultrageleckt. Okay. Sehr schön. Hier waren wir auf alle Fälle noch nicht. Ah, das ist das Muster. Muss ich auf dem Kaktus laufen? Nein. Nochmal. So, ich mache mir das mal schnell auf meinem zweiten Monitor auf. Irgendwas funktioniert übrigens mit meinem Windows nicht mehr richtig. Wenn ich Bilder öffne, crash dieser Fotodarstellungsmodus. Eins, zwei, drei. Okay. Also, ich verstehe schon mal so grob, was hier abgeht. Wir machen am Ende jetzt hier so einen ganz kleinen Knick rein. Schwupp, schwupp, schwupp. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Wir müssen einmal hier rum, hier rum. Hier rum, hier rum. Was erwarten die denn, dass jeder hier ein fotografisches Gedächtnis hat? Und jetzt? Nö, jetzt bin ich nicht wieder hier vorne. Willst du mich verarschen? Wisst ihr, ich habe den Weg schon fertig und trotzdem feile ich hier so rein. Ah, jetzt ist mein Wasser da weg. Okay, ich muss wirklich ein Water-MLG machen. Ah, okay. Und jetzt wird mir übel? Was dachte sich der Map aber? Oh mein Gott, es ist so ein geiler Effekt, wenn einem schlecht wird. Leute, die mich schon länger kennen, ich hasse das in Minecraft. Oh, da wird mir selbst immer richtig schlecht. Es ist nicht möglich, ich verstehe das nicht. Übelkeit ist der einzige Minecraft-Effekt, den ich überhaupt nicht abkann. Ich verstehe nicht, was der hier von mir möchte. Ich skip das. Ohne Mist, das ist doch lächerlich. Wie soll man das machen? Okay, jetzt kann ich es auch nicht mehr skippen, weil ich mein Skip-Key benutzt habe. Aber ich habe da noch so eine Vermutung, dass man, wenn man das platziert, einen leeren Wassereimer bekommt. Okay, ich habe da nämlich eine kleine Vermutung. Der Wassereimer müsste sich leeren, wenn ich den Water-MLG schaffe. Schöne Scheiße, darauf habe ich jetzt alles gepokert. Benutze jetzt hier den Skip-Key, es ist nicht möglich. Der Kaktus hat meinen Skip-Key gefressen. Es tut mir leid, ich hätte den Parkour gerne gemacht, aber von dort nach dort ist es nicht möglich und ich sehe keinen anderen Weg, darüber zu kommen. Aha, und jetzt? Die Wand bewegt sich. Wo soll ich Paper herbekommen? Aha. Die Skülker-Kiste ist verschlossen. Egal, was passiert, die Wand zerquetscht mich. Hm, habe ich irgendwas übersehen? Irgendwo muss doch dann eine Kiste sein. Okay, Papier. Die Kiste ist immer noch verschlossen. Was soll mir die 1 sagen? Hier sind noch irgendwelche Hohlräume. Sollten sie dann nicht auch eigentlich mal machbar sein? Weil jetzt suche ich gerade einen Knopf. Creepy Minecraft-Musik. Ich habe wieder diesen Bug ausgelöst. Das ist perfekt. Okay. Das ist alles, was ich will. Einfach nur ein Bug. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hm, nochmal zwei. Und Fluch der Bindung. Was muss ich machen? Meine Schuhe waren weg, deswegen ging das nicht. Ah. Congratulations! Also, ich habe Hints und Skips 9 Stück genutzt. Good job, but you used a lot of Hints und Skips, ja. An manchen Stellen sage ich mal so, ich hätte auf die Hinweise verzichten können. An anderen Stellen wiederum, sage ich mir so, auf die Skips wiederum konnte ich nicht verzichten. Manche Sachen waren nicht möglich, unmöglich oder einfach nicht zu schaffen. Ich verlinke euch die Map unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es gerne selbst probieren. Huh, was eine anstrengende Map. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt er logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.